Super, ich stehe mitten auf diesem scheiß Highway und ah, da steht ein Auto. Hinten dran, hinter dir ist dein Auto und da ist meins. Bitch, fahr da weg, ich will an mein Auto ran, geht doch. Sind die unhöflich? Immerhin keine riesigen Flugzeugfrax mehr. Entschuldigung, ich muss hier mal durch, dann cap. Ja genau. Ich hab nie gesehen, dass Leute auf der Autobahn einfach den Rückwärtsgang einlegen. Ich schon. Ich warte auf dich, die Corvette ist einfach voll die Heckschleuder, da kann man nichts machen. So. Nein! Oh mein Gott, jetzt hat es dich gedreht, bin aus der Autobahn geflogen. Ja, top. Wir treffen uns, wir treffen uns da unten. Ja, wir treffen uns einfach dort, ich tut mir was anderes. Ich kann dich auch schnell mitnehmen. Nee, 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 komm, fahr. Ich bin ja gleich da, ich muss ja nur da diese Böschung runterfahren. Fahr, 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 lass mich in Ruhe! Ich schaff das. Ich komm heute heute. Ich bin ein schönes Mädchen, was? Was? Ja super, runter kommt man aber hochschlecht. Ich muss jetzt auch nochmal außenrum fahren, ich hab gedacht, da könnten wir einfach wieder hochfahren. Okay, ich bin beim Flughafen. Ich versuche jetzt die Treppe da hochzukommen. Nope. Ja, das hab ich auch versucht. Das klappt nicht. Warte mal. Du musst auch außenrum fahren. Sportplatz. Ja, ja, ja. Ich hab was gefunden. Komm ich über den Parkplatz? Ja. Hopp. 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 Nein, du Heckschleuder! Vorwärts! Nicht irgendwie komisch rum. Hast du ein Scharfschützengewehr? Ja, oder? Ja, ja. Ich hab eins. Gut. Oh, jetzt nur noch diesen Containertreffen. Ja. Mehr oder weniger getroffen. Ich bin auf dem Dach vom Flughafen gelandet. Bist du schon eifrig am Snipen? Äh, noch nicht. Noch nicht. Komm noch ein bisschen weiter vor. Ich komm dazu. Ja, das ist es. So. Dann ducken wir uns einmal hinter dieses Auto. Nehmen das Scharfschützengewehr. Und dann heißt's... Party! Und da ist einer weg. Ne. Dann ging's daneben. Stillhalten. Dann tut's nur ganz kurz weh. So. So. Und so. Und einmal nachladen. Ähm. Bei mir bewegen die sich so komisch. Ähm. Ja. Ja. Willst du dann fliegen? Ja, gerne. Ich brauch eh sowieso Flugskill. Das wird ja dadurch auch gelevelt, oder? Theoretisch, ja. Du musst halt nur anständig landen. Ja, das hab ich auch das letzte Mal geschafft. Gut. Ich fahr mal hin. Ja. Jetzt auch kein Gegner mehr. Die kommen wieder. Glaub mir. Deswegen fahr ich nicht direkt rein. Oh ja. Ah ja, da ist der Ende, ne? Einmal. Oh ja. Geh ich halt so rein. Was war der Problem? Ja. Ja. Ja, sprich dich ruhig aus. Ich hör dir zu. Oh fuck. Fernschluss. Oh, tauchen die überall auf bitte? Achso, der ist hinter der Wand. Warte mal, ich fahr mal schnell den Fractor. Ne, den fahr ich weg. Steig du schon mal ins Flugzeug. Kommst du? Jaja. Man kann doch zum Glück nicht schießen. Muss man auch nicht. Du müsstest aber anhalten, dass ich einsteigen kann. Ich kann auch mit dem Auto fahren, ist auch kein Thema. Hoffentlich sind die... Oh, guck, man kann unter den Rotoren durchlaufen. Okay, hit it. Ich kann schießen. So, das wird jetzt eine gemütliche Flugreise, schätze ich mal. Ja gut, du, was könnten wir reden? Ganz aktuell, gestern? Nee, doch, gestern war es, ne? Das in Paris? Das war schon vorgestern Nacht. Achso, naja, stimmt. So zum Zeitpunkt vom Spiel, Deutschland gegen Frankreich. Die Anschläge. Mit 120 Toten und 300 Verletzten, so irgendwas in den Dreh rum, oder? Na, das... Der aktuellste Stand von mir war 127 Tote, aber die Zahl wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen steigen. Leider. Das ist schon eine krasse Sache, ne? Auf jeden Fall. Der Holland, der Hollande, ähm, der hat ja der IS den Krieg geklärt jetzt. Ja. Mal gespannt. Ganz ehrlich, ich mein, zweimal Menschen töten an sich ist nicht so eine coole Sache, das muss ich ganz ehrlich zugeben, aber bei denen wünsche ich mir, dass sie ausgereichert werden. Ja, gut. Oh, bei mir hat sich die cinematische Kamera aktiviert, auch sehr schön. Oh, was ist das? Oh, du bist... Ich glaubst nicht an denselben Gott wie ich, komm, ich tüfte dich. Das ist... Das ist ein total ausgearteter Streit, wer den besseren imaginären Freund hat, also... Ich mein. Ja gut, man kann ja glauben, an was man will, das ist ja völlig in Ordnung, aber dann... Ja. Wenn man da nicht übereinstimmt, dann aufeinander loszugehen, äh... Gut. Das haben sie schon immer gemacht. Ich würde empfehlen, flieg mal jetzt ein bisschen nach links und dann eine Schleife nach rechts und es fliege, komisch, was wir dann nicht machen. Ich mein, die Kreuzrütter damals hatten sie ja nicht besser und das haben sie ja nicht besser gemacht und das waren Christen, also... Richtig. Hier hat es... Pass auf, dass die Kurve nicht zu stall wird, sonst reißt die... Naja, was, den krieg ich immer hin. Wo ist der Flughaufen? Ich seh nicht. Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Ach, scheiße. Mir scheint die Sonne grad so ein bisschen ins Gesicht, dass sie sich... Okay, warte, warte. Den kriegen wir. Fahrwerk. Ja, ja. Cool. Und gleich fallen wir wie ein Stein. Ah, 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 ha. Oh, sauber. Wenn du es gedrückt hältst, genau. Und da sieht man einen klitzekleinen Grafikfehler bei mir. Bei mir nicht. Bei mir war grad so ein rotes, rotes Polygon. Quer durchs ganze Bild. Ja, wir haben es geschafft. Wuhu. Wuhu. Ja. Wie viel gab es? Wuhu, 14.000. Nicht schlecht. Ja, immerhin etwas. Und... 2.700. Ja. Okay. Wir schauen mal. Vielleicht finden wir noch eine Mission, die wir schneller auf die Schnelle machen können. So. Ähm. Wie wär's mit... Boah. Such dir was aus. Death Metal oder Reich in Richmond. Was hat das gemacht? Nachkomm, wir nehmen mal Death Metal, oder? Death Metal. Hoffentlich werden wir das nicht mit anderen zusammen in eine Mission geschmissen. Weil das ist immer extrem kacke. Man soll ja auch Leute geben, die spielen können und sich auch benehmen können. Aber irgendwie. Ja, das stimmt. Aber... Ja. Bis jetzt sind nur wir zwei. Und... Ja, das passt doch. Ich würde sagen, es geht los. Wart mal. Zu spät. Es startet schon. Da müssen wir erst hinfahren. Du brauchst ja so gut wie nix an Munition oder irgendwas. Panzerung hast du noch im Inventar, oder? Die hab ich jetzt kurz noch gekauft. Ich hab immer noch diesen... Diesen Grafikfehler drin. Pst, pst, pst. Deswegen sag ich pst. Und anständig zielen. Das lauf. Vielleicht nicht von der Straße ausschießen. Sonst wirst du noch von den Autos überfahren. Da kann ich nicht schießen. Weil ich hinter diesem blöden Tor an Deckung gegangen bin. 1 1 2 Moment, der steht gleich noch mal auf. Da auf deiner Seite ist noch einer. So, ich geh rein. Müssen jetzt alle tot sein. Nein! Das war das. Du hast noch ein Teamleben. Du kannst auch mal wiederkommen. Ja, schon. Aber wer war das? Wer hat mich gerade getötet? Da sind doch alle tot. Nein, da stand noch einer. Bei mir zumindest. Bei mir nicht. Komm, wir fahren. Ich hab das Koks jetzt eingesammelt. Jetzt können wir zurückfahren. Oh. Gut, warum auch nicht? Irgendwas stimmt an meinem Rechner gerade nicht. Ich hoffe, der wird nicht zu heiß. Fährst du mit? Oder fährst du mit? Nee, nee, komm, ich fahr von dir hinterher. Das sind 500 Meter, die wir jetzt fahren müssen, also. Ja gut, das ist... Wenn wir dann danach mal eine kurze Pause machen, dann kannst du ja gucken. Ja, da müsste ich noch ein bisschen was... Ja, das ist der Prozessor irgendwie. Ja, aber... Hintergrund... Es tut mir wirklich leid, es läuft gerade mit 10 FPS. Oh, Entschuldigung, Johannes. Bei mir lagst du aber auch gerade. Weißt aber auch nicht, warum mein Kühler funktioniert, sonst wäre der Rechner schon lange abgestürzt. Ja, das stimmt wohl. Können wir hier aufschießen? Ja, natürlich. Cool. Nee, schießen musst du hier nicht. Hier reinlaufen. Ich habe drei Löcher im Rücken, genau im schönen Dreieck. Hey, meine Sonnenbrille ist hier. Ja, sind Sie hier? Meine auch. Diese scheiß Hacker! Bitte? Diese scheiß Hacker, wegen denen ist unsere Sonnenbrille weg. So, einen Job können wir vielleicht noch spielen und dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Ja, okay. Huch, jetzt habe ich deins als schlecht bewertet. Naja. Egal. Ähm, was hättest du gerne? Geplatzter Deal? Zugriff in Chubash ist eigentlich nicht schlecht. Oh, nee, das ist scheiße. Ich habe sie aber noch nie gespielt. Achso, wenn du es ja gut hast, wenn du es noch nicht gespielt hast, klar. Die kommen aus allen Richtungen in der Mission. Da müssten wir vielleicht zusammenbleiben. Und jetzt gegenseitig ein bisschen den Rücken decken. So, jetzt warte kurz. Schwere Panzerraum kaufen. Danke. Kann ich Munition für alle? Nee, ich will nicht Munition für alle kaufen. Ich hätte zwar genug Geld, aber hey. Kann ich? Warte. Ja. Und los geht's. Nein! Ja, ja, ist okay. Ich habe gerade nur... Kann ich los? Ja. Es geht los. Nein! Nein! Ich habe schon gedacht, ey. Wo ist ein Kipp in der Sack eigentlich? Ich weiß es nicht, was der wieder anstellt. Okay, wir müssen das Auto klauen. Es wird lustig. Na komm, diesmal fahre ich mit. Hier. So. Wir fahren sowieso nicht bis ganz hin. Wir halten vorher an. Ich mag den Sound von dem Auto voll. Ja. Hat was? Fett. Fett nach V8. Boah, leckt das. Wahrscheinlich macht sich die Telekom gerade wieder unbeliebt. So, ab hier geht's zu Fuß weiter, die letzten paar hundert Meter. Alter! Boah, ne... ...icke Frau, oh Gott. Ja. So, vorsichtig. Also, nix zu ungut, aber die, die hat mich gerade echt... Ja, das war... ...kam aus dem Nichts, weißt du? Das meint's ja gar nicht bei Leuten, die so viel auf den Hüften, dass die aus dem Nichts kommen, aber... Boah, hopp, rein damit. Rein, rein. Fick dich, du Ballas. Ach, wunderbar, eingefädelt. Nimm mal. Gott, was für eine Scheißkiste, deswegen machen die so einen Aufstand. So, das war doch jetzt relativ schnell und schmerzlos. Wenn man sich der MP5 wieder kauft, kann man mit der auch aus dem Auto schießen, oder? Ne, ich glaub nur mit der UC. Oh. Das war's, das war die Mission? Und ich hab schon wieder diesen Polygonfehler drin. Sag mal, was soll der Scheiß? Werde ich jetzt schon öfters bei GTA. Interessant, gut gemacht! Du hast ein paar Löcher abgekriegt. Ja, ich seh's grad. So. Ähm. Sollen wir es dabei erstmal... Alter, ist der knausrig. Sollen wir es dabei erstmal belassen? Ja. Okay, gut. Dann würd ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und... Bis zum nächsten Mal, ne? Aju. Bis dahin, bye bye. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal.